Alles hat man damals uns versprochen, vor drei Jahren nach der letzten Wahl. Für die Rente, neue Normen, Bildungs- und Finanzreformen und ein bestes Führungspersonal. Ziehen wir von allen Dingen, die lahm sind, sehen wir, die Lage ist fatal. Schein und Rauch in das Erneuern und die Senkung unserer Steuern und die Preise schliegen maximal. Wir wählen CDU, CDU, wähl auch du, CDU. Ich weiß längst schon, was ich tue, was wenn sonst CDU? CDU. Sekretärer gingen noch Klinisten, einer nach dem anderen Navi-Root. Nach dem Rücktritt von Herrn Perali, das Karussell noch schneller schillert, so geht's Schluss, das geht nicht gut. Bald schon können wir uns neu entscheiden, wer in Zukunft uns regieren wird. Wir holen jetzt die Mannschaften, auf die man sich verlassen kann, die uns in eine Sicht in Zukunft führt. Wir wählen CDU, CDU, wähl auch du, CDU. Ich weiß längst schon, was ich tue, was denn sonst CDU? CDU, 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 denn auch du, CDU, ich weiß längst schon, was ich tue, was denn sonst CDU? Ja, ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020